Tesla ist an der Börse 400 Milliarden Dollar wert, also nochmal das Doppelte von dem, was Volkswagen, Daimler und BMW zusammen wert sind. Ist damit jetzt der optimale Zeitpunkt gekommen, um auf fallende Kurse bei Tesla zu setzen? Oder ist Tesla so gut, dass das Unternehmen seine 400 Milliarden Dollar Börsenwert absolut wert ist? Darum geht es heute, willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich Willkommen. Es gibt wirklich wenige Aktien und wenige Unternehmen, die so umstritten sind wie Tesla. Für die einen ist Tesla wirklich auf dem Weg zur Weltherrschaft jetzt, der innovativste Autobauer überhaupt, der alle anderen wegputzen wird. Und für die anderen ist Tesla immer noch ein Nischenanbieter. Mäßig erfolgreich, mäßig profitabel, baut Autos von mäßiger Qualität und wird einfach nur ganz furchtbar gehypt. Große Klappe also und wenig dahinter. Den Kritikern von Tesla, denen war die Aktie schon immer zu teuer. Auch vor vier, fünf Jahren, als sie nur ein Zehntel von dem wert war, was sie heute wert ist. Und ich muss sagen, ich war die meiste Zeit auch eher einer von den Skeptikern. Ich verfolge das Ganze schon lang und ich war meistens auch einer von denen, die gesagt haben, naja, sehr ambitioniert das Ganze, nicht ganz so solide kann auch schief gehen. Aber die echten Fans der Tesla-Aktie, die haben sich natürlich von sowas nicht beirren lassen, von so Kleingeistern wie mir. Und es hat sich auch ausbezahlt erstmal. Und all denen, die immer an die Tesla-Aktie geglaubt haben, damit jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Hier die Aktie auf fünf Jahre in Dollar, der Aktiensplit ist da schon dabei, ist natürlich eine ganz spektakuläre Kursentwicklung. Und es ist noch spektakulärer, wenn man es vergleicht mit dem übrigen Autosektor. Weil die Entwicklung der anderen Autoaktien in dem Zeitraum, die war ja eher nicht besonders gut. Und hier jetzt noch der Einjahreschart. Und der ist natürlich erst recht sensationell. Letzten September waren wir ja teilweise noch bei 45 Dollar oder so. Und vor ein paar Tagen waren wir aber kurz sogar über 500 Dollar. Die letzten Tage gab es dann eine scharfe Korrektur. Aber wir sind hier trotzdem immer noch bei ungefähr 400 Dollar. Die Aktie ist also von einem Niveau aus, das man vorher schon sehr hoch hielt, nochmal richtig explodiert. Und die Einjahresperformance liegt damit bei ungefähr 800 Prozent. Man sieht daran natürlich auch, wie fatal es hier gewesen ist, auf fallende Kurse zu setzen. Was viele ja gemacht haben. Also auch Profis, Großinvestoren, Hedgefonds. Es gibt in den USA wenig große Aktien, die in den letzten Jahren so stark geschortet worden sind wie Tesla. Und das ist auch nach wie vor so. Bis jetzt ist das aber alles gründlich schief gegangen. Es gab auch mehrmals einen sogenannten Short Squeeze bei der Aktie, dass also die, die die Aktie vorher leer verkauft haben, sich wieder eindecken mussten, weil es gegen sie gelaufen ist. Und damit haben die Leute, die Short Seller, die Aktie natürlich noch zusätzlich nach oben getrieben und haben damit das Gegenteil von dem bewerkstelligt, was sie sich erhofft haben. Es hat aber auch von der fundamentalen Seite her sich einiges getan. Also Tesla hat letztes Jahr im dritten Quartal plötzlich schwarze Zahlen geschrieben und schreibt auch nach wie vor schwarze Zahlen. Sogar im zweiten Quartal 2020, als wir ja die Coronaviren-Lockdowns gehabt haben. Dann das neue Werk in Shanghai, das läuft. In Deutschland hat man jetzt auch angefangen zu bauen. Und es wird auch ein neues, riesiges Werk in Texas geben. Und die Autos haben sich nach wie vor gut verkauft. Hier haben wir den globalen Absatz von verschiedenen Autobauern im zweiten Quartal. Die jeweilige prozentuale Veränderung zum Vorjahr. Der Absatz ist in diesem zweiten Quartal so gut wie bei allen stark zurückgegangen. Aber bei Tesla ist er gestiegen. Die Grafik hier ist aus der Quartalszahlenpräsentation übrigens von Tesla. Das hat sich Tesla natürlich nicht nehmen lassen, das hier auch mal darzustellen. Und auch die Batterieproduktion, die hat Ende letzten Jahres auch erstmals Gewinn gemacht. Vorher hat das Batteriegeschäft ja immens Geld verbrannt. Aber wir haben auch da eine sehr positive Entwicklung gehabt. Und um Batterien für Elektroautos. Da geht es übrigens auch im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Es gibt da bald eine neue Aktie, nämlich QuantumScape. Ist ein Entwickler von Feststoffbatterien. Bill Gates hat da schon investiert. Volkswagen hat auch schon einen dreistelligen Millionenbetrag investiert. QuantumScape geht jetzt an die Börse über eine Mantelgesellschaft, in die man schon jetzt investieren kann. Und worum es dann geht, was das für eine Aktie ist und was man da auch beachten muss. Darum geht es eben in unserem nächsten Report. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind auch kostenlos. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. QuantumScape meiner Meinung nach auf jeden Fall ein spannendes Thema aus dem Batteriesektor. Okay, aber bei Tesla, also es sieht auf jeden Fall einiges um einiges besser aus als letztes Jahr. Das ist gar keine Frage. Wir haben aber auch eine enorm hohe Bewertung natürlich. Das KGV auf den Gewinn, der für 2020 erwartet wird, das liegt jetzt bei ungefähr 250. Das ist immens hoch. Das ist aber noch nicht mal das Hauptproblem. Der Gewinn könnte ja im nächsten Jahr nochmal steigen. Was wirklich happig ist, das ist der Börsenwert im Sektorvergleich. Hier haben wir eine Grafik von Reuters. Das kann einem schon zu denken geben. Die ist vom 27. August, ist auch schon ein paar Tage alt, aber im Großen und Ganzen stimmt es immer noch. Tesla ist bewertet ungefähr mit 400 Milliarden Dollar und steht damit für 40% der Marktkapitalisierung des gesamten Sektors. Oder zumindest so ungefähr, wenn man hier mal 12 große Autobauern nimmt. Hyundai haben sie natürlich vergessen, die Chinesen haben sie auch vergessen. Aber das sind ungeachtet jetzt mal. Und dabei muss man ja bedenken, es sind weltweit letztes Jahr 65 Millionen Autos verkauft worden. Davon hat Tesla 368.000 verkauft, also ungefähr ein halbes Prozent. Hat aber knapp 40% der Sektormarktkapitalisierung. Man sieht hier natürlich auch, wie winzig der Börsenwert von vielen anderen Autobauern inzwischen ist im Vergleich zu Tesla. Toyota immerhin halb so viel Wert noch. Volkswagen ungefähr ein Viertel. Daimler und BMW sind mit 55 und 45 Milliarden Dollar wirklich nur noch unter ferner liefen im Vergleich. Und bei Daimler ist es noch besonders bitter, weil Daimler ja mal 9% an Tesla gehört haben. Daimler hat aber die letzten Anteile 2014 verkauft. Heute ist Tesla siebenmal so viel Wert an der Börse wie Daimler. Könnte also an der Börse per Aktientausch jetzt Daimler mal ganz schnell locker wegschlucken. So ändern sich die Zeiten. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, also bei allem was Tesla erreicht hat. Und Tesla hat ja viel erreicht. Aber was rechtfertigt einen solchen Börsenwert? Er ist tatsächlich nur dann gerechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass die Bedeutung und der Marktanteil von Tesla in den letzten Jahren nochmal stark ansteigen. Und dass Tesla damit die anderen Hersteller auch wirklich mehr oder weniger an die Wand drückt. Für solche Entwicklungen gibt es Beispiele, dass also ein Unternehmen den ganzen anderen Sektor marginalisiert. Also im Prinzip zum Beispiel als Apple das Smartphone erfunden hat. Kann man ja so sagen, dass die das gemacht haben. Und da waren die Marktführer von damals, Nokia, Motorola, Sony und so weiter, die waren dann wirklich weg vom Fenster. Und Apple ist immer noch das wertvollste Unternehmen der Welt. Und der Großteil der Gewinne im gesamten Smartphone-Markt, den streicht auch heute immer noch Apple ein. Sowas kann sich natürlich auch ändern, aber zur Zeit ist es so. Und die Frage wäre dann eben, schafft Tesla sowas auch? Was hat Tesla außer der Marke, die natürlich keine 400 Milliarden Dollar wert ist? Ich würde sagen, es sind drei Dinge, nämlich erstens eigene Ladeinfrastruktur. Da ist man schon immer wieder erstaunt, wie viele Tesla-Ladestationen auch in Deutschland man hier so sieht. Und wie lange die da auch schon dastehen, so in den Autobahnraststätten, Einkaufszentren und so weiter. Also vor allem eben im Vergleich zu anderen Anbietern hier, wo ich mir oft gedacht habe, naja, wir sind doch eigentlich die Autonation schlechthin. Hier kann ja nicht sein, dass man hier so lange gebraucht hat, um da Schritt zu halten und sich da von Tesla am Anfang so die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Tesla hat da auch sehr viel investiert, investieren müssen und hat aber jetzt eben in USA, in Westeuropa, in China eine sehr gute Schnellladerinfrastruktur und vor allem eben auch eine eigene Infrastruktur. Das vergisst man leicht. Dann zweitens die Batterien. Auch die macht Tesla selbst. Auch da hat Tesla Milliarden verbrannt. Aber wie gesagt, die Produktion ist auch da inzwischen profitabel und die Batterien sind gut. Die Teslas haben dadurch eine gute Reichweite und dadurch, dass Tesla in dem Bereich eben auch viel investiert. Dadurch ist es denkbar, dass der Konzern vielleicht sogar eines Tages eine überlegene Batterientechnologie hat. Und selbst wenn es nicht so kommt, kann man zumindest sagen, dass Tesla den Bereich im eigenen Haus hat. So wie viele andere Bereiche übrigens auch. Also Tesla entwickelt viel mehr selbst als andere Autobauer und deckt damit natürlich an der Gesamtwertschöpfung auch mehr ab. Und der dritte Punkt und wahrscheinlich der entscheidende Punkt, das ist das autonome Fahren. Wo steht Tesla da? Das Thema ist sehr umstritten. In meinem Video zu Baidu, zum autonomen Fahren in China, da habe ich auch berichtet zu den sogenannten Disengagement Reports. In Kalifornien darf man also selbstfahrende Autos testen und dafür müssen die Autobauer da ihre Testdaten veröffentlichen. Und man sieht in diesen Reports vor allem, wie viele Testmeilen die da gefahren sind und wie oft ein menschlicher Fahrer da noch eingreifen musste. Die Daten haben auch ihre Tücken, aber trotzdem stürzt sich natürlich jeder drauf, weil ja jeder wissen will, wo der einzelne Anbieter da steht. Und der einzige Anbieter fast, der partout keine Tests durchführt in Kalifornien, das ist Tesla. Obwohl Tesla ja in Kalifornien seinen Sitz hat. Tesla glaubt offensichtlich, dass man sowas gar nicht mehr nötig hat. Tesla arbeitet natürlich auch fieberhaft am autonomen Fahren, aber verfolgt da einen ganz anderen Ansatz. Tesla verzichtet zum Großteil auf digitale Karten. Tesla verzichtet auch auf die LiDAR-Technologie. Das ist eine radarähnliche Technologie, die da die Positionsdaten erfassen würde, die das Auto dann permanent abgleichen kann. Aber bei Tesla sagt man, das sei alles zu kompliziert. Letzten Endes hat so ein Tesla nur ein paar Kameras und ein paar Sensoren. Und das Auto muss dann lernen, auf diese Informationen richtig zu reagieren. So wie ein menschlicher Fahrer ja auch nur auf das reagiert, was er sieht, während er fährt. Ist alles natürlich jetzt sehr vereinfacht hier. Und damit er da richtig reagiert, der Fahrer oder das Auto, dafür braucht man eine hohe Rechenleistung zum einen. Und man braucht extrem viele Daten. Das ist sozusagen die Erfahrung, die das System hat. Und da hat Tesla wirklich vorausgedacht, über 600.000 Teslas sind auf der Straße und sammeln diese Daten schon seit Jahr und Tag. Und damit hat Tesla zigmal so viele Daten wie die anderen Autohersteller. Und außerdem, so sagt man bei Tesla, ist in den neuen Fahrzeugen jetzt die Hardware für das autonome Fahren auch schon drin. Und wenn man soweit ist, dann lädt man sich diese Selbstfahrfunktion einfach per Software-Update runter. Und Ende dieses Jahres soll es dann auch schon soweit sein. Dann soll das System zur Verfügung stehen für autonomes Fahren auf Level 5. Das würde damit also komplett vollautonom fahren. Das Ganze, wie gesagt, sehr umstritten. Es gibt einige, die sagen, so wie Tesla da vorgeht, das ist nicht wirklich fundiert. Das sei fast schon unseriös. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch sowas wie Gesetzgeber, die sowas dann auch erstmal genehmigen müssen. Aber trotzdem höre ich auf der anderen Seite auch von vielen, die sich damit beschäftigen, ich höre da immer wieder raus, dass Tesla da möglicherweise doch einen relativ großen Vorsprung hat. Allein schon wegen der Daten. Und dass es für andere Hersteller möglicherweise schwierig wird, erstmal da aufzuholen. Und wenn Tesla da beim autonomen Fahren wirklich einen Sieg auf ganzer Linie davon tragen sollte, das wäre meiner Meinung nach das einzige Argument, das den momentanen Börsenwert vielleicht irgendwie noch rechtfertigen könnte. Aber auch das ist spekulativ. Und damit bleibe ich eigentlich dabei, die Tesla-Akties überbewertet. Und zwar mehr denn je. Und das Totschlag-Argument schon oft gehört wahrscheinlich. Es gibt auch noch andere Autobauer. Und die bringen jetzt immer mehr Elektroautos auf den Markt, immer mehr Modelle. Und die sind vielleicht alle nicht so brillant wie Tesla und nicht so schnell wie Tesla. Aber sie haben einfach viel mehr Mittel. Sie sind auch viele und sie haben hohe Forschungsetats. Und darum wird Tesla wahrscheinlich zwar weiter aufsteigen und weiter wachsen, aber es wird Tesla meiner Meinung nach nicht gelingen, den restlichen Sektor zu marginalisieren. Die ganz andere Frage ist, ob man deswegen wirklich auf fallende Kurse setzen sollte. Sieht verlockend aus auf dem ersten Moment. Wir haben auf der einen Seite eine stark überbewertete Aktie und wir haben Ende letzter Woche aber auch plötzlich eine starke Korrektur wieder gehabt. In vier Handelstagen ist die Aktie von 500 auf unter 400 Dollar gefallen. Die Erfahrung zeigt aber, dass das Ganze nicht ungefährlich ist. Wir haben eine Aktie hier, die getrieben wird in erster Linie von Euphorie, dann natürlich von den ganzen Trendfolgern und Momentum-Tradern, dann immer mehr auch von passiven Fonds, die natürlich die Gewichtungen in Indizes abbilden müssen und immer mehr dann auch noch von Short-Sellern, die dann immer wieder auch sich neu eindecken müssen, wenn es gegen sie gelaufen ist. Und darum, wenn Sie hier auf fallende Kurse setzen wollen, mit Optionsscheinen, Hebel, Zertifikaten, CFDs oder wie auch immer, dann müssen Sie wissen, es geht hier erstmal nicht um Fundamentaldaten. Auf mittlere Sicht ist der momentane Kurs nicht haltbar, da bin ich mir relativ sicher. Aber die Gefahr, dass Sie bis dahin auf der falschen Seite stehen, die ist doch nicht ganz klein. Und darum, wenn Sie hier eine Short-Spekulation machen wollen, die Chance ist natürlich da. Ich würde da aber eher gestaffelt vorgehen, in kleineren Schritten auch. Und ich würde für meine Instrumente auch erstmal nur kleine Summen einsetzen, die Sie dann auch entsprechend entbehren können. Und ansonsten, Dinge wie Batterien, Stromspeicher, selbstfahrende Autos, das sind natürlich Themen, die ich hier weiter behandeln werde auf dem Kanal. Ich freue mich immer über Kommentare, also tragen Sie bei zu unserem Erkenntnisprozess. und ich freue mich natürlich aber auch über jeden, der meinen Kanal abonniert. Und wenn Sie den Zukunftsmärkte-Kanal abonnieren, dann immer auch gleich die Glocke drücken, das ist wichtig. Dadurch werden Sie nämlich dann benachrichtigt, wenn neue Beiträge von mir da sind. Und außerdem nicht vergessen, wie schon erwähnt, tragen Sie sich ein für den nächsten Zukunftsmärkte-Report noch zu QuantumScape. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin alles Gute und Dankeschön Ihnen fürs Zuschauen.